Welcome back ladies and gents. Ich bin Alain Korte und in dem heutigen Video spreche ich über Lücken und Löcher im Bart und was du dagegen tun kannst. Leute, sind wir mal ehrlich. Wir Männer wünschen uns alle einen richtig dichten und vollen Bart. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber bei den meisten ist es halt so, dass sie nicht so einen stabilen Bart haben. Dass hier und da, wie zum Beispiel auch bei mir, ein paar Löcher drin sind oder ein paar Lücken drin sind. Und in diesem Video spreche ich darüber, was du dagegen tun kannst, um diese Löcher zu kaschieren und loszuwerden. Tipp Nummer 1. Bürste bzw. kämm deinen Bart in eine bestimmte Richtung. Ich war gestern wieder beim Barbershop und habe mir meinen Bart wieder ein bisschen in Form drin lassen. Und dabei ist mir wieder folgendes aufgefallen. Die rechte Seite hier von meinem Bart ist bei weitem nicht so dick wie die linke Seite. So, was kann man dagegen tun? Wenn du zum Beispiel jetzt hier, wie ich auch, ein paar kleine Lücken hast, dann nimm einfach eine Bartbürste oder einen Kamm und kämm den Bart in eine bestimmte Richtung. Dann kann es nämlich unter Umständen sein, dass diese Löcher nicht mehr so groß erscheinen. Müsst du einfach mal ausprobieren, nehmt einfach mal einen Kamm oder eine Bürste und kämmt einfach mal in eine bestimmte Richtung. Und dann werdet ihr sehen, in welche Richtung ihr kämmen müsst, damit die Löcher nicht mehr so groß erscheinen. Tipp Nummer 2. Harte Konturen und Wangen säubern. Was meine ich damit? Wenn ihr zum Beispiel lückenhaften Bart habt, ja, vielleicht zum Beispiel hier an der Wange, wie ich jetzt hier auch zum Beispiel, ja, dann versucht einfach sehr, sehr harte Konturen schneiden zu lassen. Heißt, setzt eure Konturen richtig hart runter. Ja, seht ihr das? Hart runter setzen, hier eine harte Kontur rein und die Wangen hier in diesem Bereich immer schön sauber halten. Warum? Wenn ihr zum Beispiel jetzt in diesem Bereich jetzt hier, ja, einen lückenhaften Bart habt, dann könnt ihr einfach mit dieser Kontur den Bart, also die Linie, runtersetzen, die Kontur. Dann habt ihr hier eine sehr harte Linie. Und dieser Kontrast, dieser etwas stärkere Kontrast zwischen sauberer Wange und Bart, dieser Kontrast wirkt halt dann nachher so, als ob ihr mehr Bart habt. Und so könnt ihr auch dementsprechend ein paar Lücken kaschieren, wenn ihr in diesem Bereich hier sehr harte Lücken habt. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar zu einem langfristigen Tipp und zwar zum Bartroller. Was zur Hölle ist denn ein Bartroller? Ein Bartroller ist dieses kleine, aber sehr, sehr feine Teil hier. Dieser kleine Roller hat ganz vorne feinste Titan-Nädelchen. Und mit diesem Roller rollt ihr euch dementsprechend über eure Wangen und über euren Bart. Und mit dem Bartroller solltet ihr genau diese Stellen bearbeiten, wo ihr halt wenig Bart habt und Lücken im Bart habt. Der Bartwuchs wird an diesen Stellen gefördert und an diesen Stellen entwickeln sich am Ende des Tages dann auch mehr Haare. Und dieser Tipp ist wie gesagt ein langfristiger Tipp. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr den Bartroller kauft, zwei, dreimal hin und her rollt und dann habt ihr auf einmal Haare. Nein Leute, ihr müsst diesen Bartroller wirklich regelmäßig immer wieder anwenden. Heißt, wenn ihr zum Beispiel so eine Periode von drei bis vier Monaten den Bartroller wirklich regelmäßig anwendet, dann könnt ihr auch wirklich richtig gute Erfolge damit erzielen. Alle Produkte, die ich in diesem Video benutze bzw. vorstelle, verlinke ich euch selbstverständlich auch wieder in der Infobox. Wenn ihr aber keine Lust habt, lange zu warten und eine langfristige Variante für euch aktuell nicht in Frage kommt und ihr jetzt direkt, jetzt auf der Stelle eure Lücken geschlossen haben wollt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar folgender. Dafür braucht ihr einen Kajalstift und einen feinen Kamm. Kajalstifte benutzen meistens Frauen, ich glaube zum Wimpern schminken, ja. Gibt es in jedem Drogeriemarkt in verschiedensten Farben, also auch wenn zum Beispiel dein Bart jetzt nicht ganz schwarz ist, sondern wie meiner ein bisschen bräunlich, ihr findet Kajalstifte in jeglichen Farben und die kosten vielleicht einen Euro. Also nicht teuer. Wie funktioniert das Ganze dann? Ihr nehmt diesen Kajalstift und punktet den Bereich aus, der kahl ist. Also die kahlen Stellen, wie so die Lücken im Bart, punktet ihr mit diesem Stift aus. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr einen feinen Kamm, am besten so einen feinen Karbonkamm wie diesen hier und dann kämmt ihr euren Bart einfach nach unten. Was passiert dann? Die Farbpartikel von diesem Kajalstift verteilen sich im Bart und auf der Haut und dann sieht es nachher so aus, als ob euer Bart wesentlich dichter ist. Sprich, somit könnt ihr eure Lücken bzw. eure Löcher im Bart kurzfristig richtig schnell kaschieren. Und schau dir an dieser Stelle auch mal die Vorher-Nachher-Bilder an. Auf der einen Seite seht ihr meinen Bart, wie er normalerweise aussieht und auf der anderen Seite seht ihr meinen Bart, nachdem ich den Trick angewendet habe. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Nikolas Cerano Mansfeld. Nikolas, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Wenn du auch mal grüßt werden möchtest, dann schick einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Wenn du da draußen noch jemanden kennst, der auch arge Probleme hat mit Löcher oder Lücken im Bart, dann teile gerne das Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein wenig weiterhelfen kann. Weitere Videos zum Thema Bartflecken und Rasieren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace out. Vielen Dank.